Für die Volkswirtschaftsdirektion ist die Legislatur 2019 bis 2023 eine Legislatur, die ganz unter dem Zeichen von Innovation und neuen Technologien steht. Unsere Volkswirtschaft ist wirklich gut aufgestellt. Aber gut sein und gut bleiben, daran müssen wir arbeiten. Und das wollen wir auch die nächsten vier Jahre. Darum ist zum Beispiel eines unserer grossen Projekte, das wir unterstützen, den Innovationspark in Dübendorf, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Wirtschaft ist aber auch angewiesen, dass sie vorwärts kommt. Und darum wollen wir das, egal ob es auf der Strasse, auf der Schiene, auf dem Velo oder zu Fuss, darum wollen wir schauen, dass wir für sie gute Infrastrukturen bauen, die diese Mobilität ermöglichen. Aber halt, wir denken mehr als nur Beton. Wir möchten nämlich auch die neuen Technologien und vor allem auch die ganze Digitalisierung nutzen für die Mobilität der Zukunft, damit alle, wirklich alle, dort hinzugehen können oder dort bleiben, wo sie möchten. und das findet. Weilenste! Und wir wollen das, was wir brauchen. Wir wollen das, was wir da! Jetzt sind das, was wir genutig.